Wir haben zu schlafen. Ja, absolut selben. Ich darf sie fangen, Alter. Ich weiß halt nicht, wie ich das machen soll mit dem Einschlafen. Ich muss halt, glaub ich, auch um 8 Uhr oder so auf jeden Fall raus. Warum? Warum? Du musst ja auch noch da hinfahren und so. Ja, und? Und duschen muss ich noch. Nein, 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 die Züge sind mittlerweile gut eigentlich. Also wirklich. Ja, ich fahre ja regelmäßig nach Hause, aber... Vor allem ICEs, damit bist du fast immer pünktlich. Ja, ICE im Fernfall nur durchgelassen. Ja, ja. B was? B was? Einer hat Hit. Uh. Zwei am Hit. Mann, ich soll einfach 10 durchlaufen, bitte. Zwei mit Tissi-Bots! Ja. Ja, Mann. Ich kann mir nur vorstellen, was passiert ist. Banyop? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.